Einen wunderschönen guten Morgen meine Lieben, gelobt Jesus Christus, ich komme gerade von der Messe. Mich hat die Nachricht erreicht, dass Pater Jeremia, der dieses Buch, keine Angst vorm Exorzisten, dieses blaue Buch, wer es von euch noch nicht gelesen hat, kauft euch das. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn, was da für Geschichten drinstehen, wie Gott wirkt, durch die Hände eines Exorzisten oder durch die Hände des Priesters überhaupt. Und diesem Priester, Pater Jeremia, geht es nicht gut, er ist schon sehr alt. Und ich bitte an dieser Stelle, ja, in seiner Intention um Gebet. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem nachgehen würdet. Also, bitte um Gebet für Pater Jeremia. Gelobt Jesus Christus, habt ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.